Die Parlamentarische Linke in der SPD-Bundestagsfraktion ist ein Zusammenschluss von sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten. Sie ist neben den Seeeimern und dem Netzwerk Berlin eine der drei politischen Strömungen innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion und mit knapp 90 Mitgliedern deren größter organisierter Flügel. Sprecher der Parlamentarischen Linken ist Matthias Miersch. Seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind Nils Annen, Oliver Kaczmarek, Hilde Mattheis, Sönke Rix und Kerstin Tack. Prominente Mitglieder der Parlamentarischen Linken sind die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, die ehemalige Bildungsministerin Edelgard Buhlmann, die ASF-Vorsitzende und Parlamentarische Staatssekretärin Elke Ferner, der Bayerische SPD-Vorsitzende und Parlamentarischer Staatssekretär Florian Prunold, die Parlamentarischen Staatssekretäre Ulrich Kälber, Iris Gleicke und Annette Krammet, der Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth, die erste parlamentarische Geschäftsführerin Christine Lemrecht sowie die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Karl Lauterbach, Rolf Mützenich und Axel Schäfer. Inhaltliches Profil Das Profil der Parlamentarischen Linken baut grundsätzlich auf der bis in die 1990er Jahre bestehenden Programmatik der SPD auf. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik vertritt sie kinesianische Ansätze. Die weitgehend angebotspolitischen Reformen der Agenda 2010 wurden von der Parlamentarischen Linken äußerst kritisch bewertet. Wenn gleich keine offiziellen Forderungen nach einer Wiederaufhebung von zentralen Reformmaßnahmen wie der Arbeitsmarktreformen erhoben, sondern vielmehr deutliche Korrekturen angemahnt werden. Im Bereich der Steuerpolitik fordert die parlamentarische Linke unter anderem eine höhere Erbschaftssteuer und die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Ausgehend von der keynesianischen Grundhaltung lehnte sie eine strikte Begrenzung der Staatsverschuldung und auch die erfolgte Einführung einer sogenannten Schuldenbremse ab.